Aber es hätten ja auch durchaus mal 5 sein dürfen, ne? Hätte ich nix gegen gehabt. Nix auf ihn. Ich hab keinen Bock drauf. Ja, genau, gegen den, da ist auch total wichtig. So, wer noch? Du ohne Schein, äh, du ohne Schein hier, komm mal her. Weg. Das find ich halt ein bisschen doof, dass es dann nur 2 sind, anstatt 5. Ich mein, gut, es ist besser als nichts, aber trotzdem, ganz ehrlich, ne? Es sind ja nur knapp, wie viel weniger? 50 oder so? Nicht mal 50. Naja, so, warte mal, es ist, genau, es ist eigentlich egal, welche Richtung ich fahre. Dauert ein bisschen sowieso, bis ich da ankomme. Achso, jetzt hab ich das ja gemacht, aber die ist immer noch ein Stückchen frei. Naja, und da oben auch, also 2 kleine Fetzlein haben wir noch da oben. Muss man zur Not dann nochmal hingehen und dann schauen. Ist das ein Stückchen, ein Terrorzettel? Ein Akt Gottes? Unser Meteorologe, Dwayne Culbersart, die Südroute dieses Phänomens, verliefe genau entgegen der Bewegung des Golfstroms, der Wetterphänomene, wie Stürme und Hurricanes, an der Ostküste von Süden nach Norden treibt. Er meint, dieses Verhalten passe zu keiner uns bekannten Wetteraktivität. Wie ich gerade höre, fehlt uns bereits der Kontakt zu Ted Mitchell, unserem Korrespondenten in Camp Region. Und die Empire-Gefahr passiert jetzt North Carolina. Unsere Gedanken sind bei Ted und allen Marines in dieser Gegend. Ich dachte, ich sterbe gleich. Habe ich da nicht mehr so ganz einfach rausgekommen. Da ist ja alles gut gegangen. Das ist die Hauptsache. So, da wird wieder überfallen. Die sehe ich aber auch gar nicht. Naja, wenn ich sie nicht sehen kann, dann sind sie nicht da. Hi. Na dann. Absolut genial. Wunderbar. Kuh. Also, ich muss sagen, das ist ja ein völlig neuer Look. Ja. Gefällt's dir? Mit Cape wär's ja noch, ähm... Es ist doch etwas extrem, oder nicht? Tja, ich bin jetzt keine Agentin mehr. Du siehst, mein neues Ich... Ist schwer, das zu verbergen. Geht's dir gut? Ja, ja. Alles gut. Mir geht's gut. Aber schön, dass du fragst. Au, verdammt! Tut mir echt leid, ich, ich, ich wollte nicht... Kuh, du musst lernen, deine Kräfte zu zügeln. Ist gut. Ist gut. Du brauchst einfach Zeit, okay? Glaub mir, wenn jemand weiß, was du durchmachst, dann ich, besser als jeder andere. Tust du nicht, McGrath. Das weißt du nicht. Wir ähneln uns nicht. Du wurdest durch eine Explosion so. Das ging blitzschnell, was sie mir angetan haben. Hat gedauert. Und dafür werden wir aber Trent büßen lassen. Aber wenn wir ihn bekämpfen wollen, musst du deine Kräfte kontrollieren. Schrei mich nicht an! Ich weiß nicht, wie. Mir geht's schon länger so. Aber ich kann dir helfen. Okay. Okay. Du hast recht. Wann fangen wir an? Wir fangen gleich an. Zeig mal, was du kannst. Oh, ich kann fliegen. Ja, dann. Komm mal rein. Warum können die alle so eine coolen Sache? Weißt du, fliegen. Der eine kann sich teleportieren. Und im Grunde hat sie sich auch nur teleportiert. Weißt du, aber wir. Wir sind Blitz. Wir könnten sowas nicht. Nö. Ziemlich cool, was? Wolltest du mich eifersüchtig machen? Das hast du. Wolfs Notizen handelten von einer Theorie, dass zwei Conduits, die kompatibel sind, ihre Kräfte bündeln können. Klingt interessant. Ich habe ein paar Dinge mit Nix probiert. Hör auf. Davon will ich nichts hören. Rein theoretisch müssten die... Ja, ist ja gut. Die müssten eigentlich kompatibel sein, weil sie ist Eis. Probieren wir es aus und bündeln unsere Kräfte. Flüssigkeit. Und Blitz. Es ist ein Bauernzacken. Oh, unsere Kräfte bündeln sich tatsächlich. Ah, das müssen wir uns merken. Versuchen wir nicht was. Da sind noch mehr. Cole! Was denn? Cole. Die Notizen aus Wolfs Labor deuten darauf hin, dass hier irgendwo ein Explosionskern versteckt ist. Sehr gut, Cole. Wo ist er? Die Notizen sind sehr kryptisch, aber es ist ein Foto dabei. Ich habe es dir geschickt. Danke. Mal sehen, ob wir den Aufnahmeort finden. Hm. Okay. Das heißt, hier kommt, da siehst du das große Gebäude und diesen komischen Pimmel da. Wo ist denn dieser Pimmel? Ist das der hier? Ja, oder nicht der hier? Dann hier. Vielleicht können wir die Deckel aufbrechen. Kein Problem. Was ist das? Foto. Foto. Aber nach dem, was passiert ist, war das berichtigt. Vielleicht übertreibt den Explosionskern auch. Das könnte die Miliz erklären. Wir suchen besser weiter. Also sie dürfte dadurch ja eigentlich nicht in Mitleidenschaft gezogen werden durch meine Attacke hin. Ich versuche jetzt, aber manchmal ist es jetzt nicht so ganz einfach. Ich werde aber nicht böse. Ich mache mal den hier, ne? Wow, es war beeindruckend. Das war total beeindruckend. Hä? Geh mal weg. So, es geht ein bisschen schneller, mein Schätzchen, ne? Das verstehst du schon. So. Okay, irgendwo hier an der äußeren Wand war es. Außen, 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 außen. Da hast du das Ding, das Ding. Ich weiß nicht, was du da hinten siehst. Das ist das Problem. Aber es könnte hier irgendwo gewesen sein. Nö. Warte, ist das ein Container? Das sieht nach einem Container aus, ne? Könnte aber auch hier sein. Habe ich wohl nicht gefunden, das Ding. Na gut, dann müssen wir weitersuchen. Hier bin ich aber auch gar nicht mehr in der... Hä? Das muss aber irgendwo dann hier sein. Ja, hupala. Was zum? Hm. Warum ist der Friedhof so voll? Das weißt du nicht. Es ist dieselbe Seuche wie in Empire City. Nur noch viel tödlicher. Sie hat sich die ganze Küste runtergefressen. Und dann erreichte sie Numeray. Jetzt wütet sie unkontrolliert. Viele sind krank oder schon tot. Es gibt mehr Leichen, als die Leute begraben können. Wow. Vielleicht ist die Bestie nicht die größte Gefahr für die Stadt. Vielleicht. Okay, das sollte man ja wohl recht simpel finden können. Wird dir jetzt nicht so viel Autos hier auf dem Friedhof oder sonst so gehen? Oh, ganz ehrlich, hier. Oh je, mini. So, geh mal weg. Hab ich das? Jetzt hab ich's ja. So. Voll fertig. Kopfnuss. Wo sind sie denn sonst so? Ich mein, ich seh die ja auch nicht alle, ne? Ciao. Ach, da hinten ist sie. Hm, 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 hm. Wow, das war schon krass. Ganz jetzt. So. Hier. So. Wie gesagt, das Ding sollte man relativ einfach finden können. Weil es gibt wahrscheinlich nicht so viel, was so aussieht. Ich will behaupten, nur das. Okay, das ist, das ist definitiv nicht die Miliz. Nein, so nicht. Alles mit Drogen? Wir sind fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Das Vieh ist ja noch da. Ich mach dem aber... Ähm. Ich möchte ihm aber auch nicht so wirklich schaden, kann das sein? So, jetzt hier. Komm schon. Yes. Immerhin mal getroffen. Warte mal. Mal gucken, ob das was bringt. Nein, irgendwie nicht. Irgendwie leider nicht. Na, warte. Hallo. Bist du dumm? Ah, der ist wieder weg, ne? Schau's. Was denn jetzt? Das Vieh ist gar nicht mehr da. Also, hier ist es. Hier könntest du mir extrem gerne helfen, aber irgendwie willst du nicht, ne? Ich hab keinen Strom mehr, verdammt. So, ohne Strom ist alles doof, ne? Alter, ich seh den hier auch überhaupt nicht. So, da hinten müsste er ja sein. Gut, er ist weg. Ja, Moment. Ich nehm keine Drogen, aber... Ist cool, dass ich jetzt kann und du dann einfach aufhörst wieder. Echt cool. So, ein bisschen treffen müssen wir ja mal. Und ich brauch Strom wieder. So. Pam, pam, pam. Nein, 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 nein. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Blödes Kackvieh. Können mir Kuh vielleicht auch mal helfen? Ich weiß nicht. Ich hab keinen Strom. Hier ist nicht... Oh Gott. Wo ist denn der Papa, hm? Oh Gott. So, der ist down. Sehr schön. Naja. Geht so, ne? Oh, Strom. Weil ich glaube, so mach ich die auch ein bisschen schneller kaputt. Also ich bin mir nicht sicher, aber es könnte ja sein. Wo sind die anderen? Ach da. Weg. Wow. Na, jetzt. Meine Fresse. Ei, 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 ei. So, ein bisschen Strom abzwacken hier, weil das brauchen wir nämlich. Und dann müssen wir, können müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob da was drin ist oder nicht. Wir wurden ja gerade ein bisschen gestört. Und hier finden wir es jetzt. 230 Stück. Oder was? Hallo, mein Schätzchen. Es war gar nicht so übel, Superkräfte zu nutzen. Ich sag dir, Kuo, auf dich wartet eine große Zukunft als Freak. Danke für deine Hilfe. Es geht mir... besser. Du wirst dich dran gewöhnen. Glaub mir. Kann sein. Wir sehen uns, Coach. Tschau. Tja. Hm. Naja. So ist das. Und da ist er weg. Hey! Findet den Explosionskern. Dann probieren wir ihn aus. So, was für ein Explosionskern. Wovon reden sie, Mister? Gute Chart. Hier ist noch was. Na ja, komm. Wo, 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 wo? Da hinten, okay. Oh, 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 oh. So, na gut. Dann nehmen wir die natürlich auch direkt. Das ist schon deaktiviert, Mann. Cool, cool, ne? Hm. Hm, okay. Mal gucken. Ich hätte gern irgendwie was, was, was mehr für den, äh, Heli schadhaft wäre. Das wäre schon geil. Naja, du mit dem scheiß Schild an. Habe ich hier Strom? Habe ich hier Strom? Nee, habe ich irgendwie nicht. Ist ja doof jetzt. No, shit. Strom? Ah, schon wieder kein Strom. Hier ist irgendwie nirgendwo immer Strom. Weißt du was? Hier, fuck you, du blöder scheiß Heli. Ich glaube, das hat überhaupt nicht getroffen. Was ist ja jetzt ärgerlich. Hm. Ah. So, kaputt. Nice. So, wo seid ihr, Kackbratzen? Ihr versteckt euch jetzt, oder was? Ah, da könnt ihr auch knicken. So, du bist auch weg. Dann komm mal her. Dann hauen wir dich mal eben weg. Ich möchte halt aufpassen, ich werde den mit der... Scherbe eigentlich nicht treffen. Ich blute nicht. Das geht gar nicht. Ach, ich bin noch gar nicht fertig. Na, ist ja toll. Jetzt hätte natürlich einer eine Ionenladung. Die wäre ganz gut. Aber ich habe keinen Bock zurückzulaufen. So, na dann. So. Der ist gleich kaputt. Warte mal. Danke. Ich glaube, ich habe es erledigt, ne? Nice. Ja, ja. Zivilisten. Verletzt und erledigt. Na ja, es kommt halt vor. Dann machst du nichts. Aber dann bin ich schon direkt in der Nähe hierfür. Und da ist auch noch eine Mission. Ach so, die wollte ich eigentlich machen, ne? Verstecker. Fuck. Egal, dann fangen wir jetzt erstmal hier mit an. Ja.